Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft together, dieses Mal nicht mit Dennis, sondern mit André. Hi, ja ich bin jetzt auch mal dabei ab und zu oder mal mit Dennis zusammen, wenn er mal, also wenn er honest und wenn er Bock hat. Ja ich mach mal kurz für mich Musik hier an, weil André nicht zu langweilig ist. Ah ja, wollte ich auch mal machen, genau. Wir werden diese Videos eben separat hochladen, also nicht als Blinz-Bee, weil... Hast du einfach keinen Bock zu, was du gesagt hast. Ja, einfach keinen Bock zu. Also das ist ja auch ein bisschen aufwendig. Aber Dennis hat gesagt, wir sollten jetzt noch auf keine neue Insel gehen, das wäre jetzt glaube ich unsere Wünschen. Ich hab mir gedacht, dass wir uns heute mit Dreckfarm beschäftigen. Ah, das ist auch mal schön. Ich hab mir gedacht, ja, irgendwann müssen wir eine Brücke rüberbauen. Ist das vielleicht eine Schaufel? Ja, ich bin grad am... Ich mach, ich hol mir mal Stein aus meiner Truhe, die, ähm, hier, diese Truhe darfst du nichts rausnehmen aus der hier, wo kein Bett vorsteht. Okay. Tu mal alles... Ach, du hast ja gar nichts, du bist ja grad erst... Das gibt's. Ja, ich werd uns dann ein paar, ähm, Sachen... Ja, komm, 28 Cobblestone müssten reichen. Ich mach uns mal 10 Schaufeln für jeden 5. Ich weiß nicht, ist da jetzt ein Text-Repack drin? Ich hab meins drin. Ja gut, okay, ich hab jetzt das meine-Kraft-Text-Repack von Honeyball-LP, das kann natürlich... Ja, ich weiß nicht, ob ich das... Ja, ich denk mal... Ja, du musst dein... Komm, doch! Wir graben schon oben Dreck ab. Achso, ja, okay, okay. Eins, zwei, drei... Ja, das müsste es so reichen. Fünf, jeder von den Schaufeln müsste reichen. Ey. Überlegen, was was ich... Wenn ich nicht da gut hört, das ist mein Kater, der macht jeden Unsinn. Ja. Ich hab jetzt auch meine offizielle Minecraft-Playlist laufen hier. Hab ich gerade auch, ja. Also ganz neu und so extra für, äh, eigentlich fürs Hardcore-Let's Play gemacht, aber... Ich hab's ein bisschen... Ein bisschen nur, äh... André... Ich komm jetzt nicht auf das Wort, aktualisiert, genau. Ja, ich hab jetzt... Dieses Mal ist es auch nicht wie beim Hardcore-Let's Play als, ähm, Zeitmesser. Ja, weil... Hier hab ich ja eigentlich keinen Zeitdruck. Wir können jetzt von mir aus auch vier Stunden aufnehmen. Dürfen wir maximal, weil eine Platte dann voll ist. Das ist zwei Uhr morgens, dann wär's ein bisschen hart. Ja, so... Das machen wir, wenn wir irgendwann Livestream machen. Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare irgendwann, wenn wir, ähm, etwas größer sind, so mit 100 Abonnenten oder 1000. Oder 100.000. Oder 100.000. Schreibt es in die Kommentare. Sagt... Ja, in den und dem Part habt ihr gesagt, ähm... Ihr macht irgendwann Livestream. Außer ich, oder... Ich bin rausgegangen aus Tentwung oder so, kann ja es sein. Ja, ich denke, also, ähm... Wir gehen jetzt auch alle mal... Also wir sind jetzt allesamt, alle fünf auf Berufsschule. Also, ne, Mirko macht nebenbei noch eine Ausbildung. Damit das sowieso ein bisschen knapper mit der Zeit wäre. Ja, ich denke nicht, dass wir das auch nicht werden. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Es wird schon ein bisschen knapper jetzt mit der Zeit, aber, äh, werden wir schon irgendwie gekriegen. Ja. Ich hab ja meistens noch Wochenendezeit, wenn... Ja, hab ich ja eigentlich auch. Wo gräbst du eigentlich gerade Dreck ab? Irgendwo im Café. Ja... Also ich lass es noch so ein bisschen natürlich. Oh. Wenn es nachwächst dann... Ähm, ich... Ab hier! Da war die Getreidefahrt. Ja, du musst hier aufpassen, dass du nicht zu tief gräbst. Könnte ich runterfallen? Ne, das nicht, aber du könntest in unserem Haus einstürzen. Ja, okay. Also du würdest zwar keinen Schaden kassieren, aus dem Grund, weil, ähm, Wasser drunter ist. Meine erste Schippe ist schon kaputt. Meine, äh, fast. Wir machen jetzt erstmal hier, ähm... Meine Katze spielt mal ein Headset. Ey, die zieht mir ein Headset runter, weil du mich jetzt erschrocken hast. Zum Glück, dass wir kein, ähm, Dingster da, Shooter-Spiel oder so spielen. Ein Horrorspiel wäre mal geil. Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, ich bin jetzt noch nie in die Hose gepisst, wenn ich mir jetzt ein Headset rumgespielt hätte. So, Andrea, I'm watching you. Hätte man das noch einfügen müssen. Und da so, dum, 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 so irgendwie so. Ja. Okay. Nicht hier runtergraben. Das sieht irgendwie so unnatürlich aus nach der Zeit, irgendwie, was wir gerade doch... Aber es ist so ein bisschen Amnesia oder so. Oder... Death Space. Hä? Death Space geht auch noch. Ah, okay, das ist aber nicht so gruselig, oder? Ja, kommt drauf an, wenn du gerade gegen eine Monster-Armee kämpfst und dir dann deine Karte einfach mal nochmal jetzt zitrumspielst. Ja, das wäre ein bisschen lästig, aber nicht gruselig. Ja gut, aber manchmal greifen die Monster ja auch überraschend an. Ja. Äh, kommen die so um die Ecke? Ja, so in etwa, kann man sich das dann vorstellen? Das ist dann so Apokalypse-Style. Kommt man nur hier noch runter, was Dennis hier gekramt hat? Ja. Okay. Die nehmen irgendwie die ganze Insel auseinander. Ja, deshalb gehen wir auch jetzt gleich in einen anderen Ort. Hier können wir zumindest hier ein bisschen so Terraforming machen. Ja. Dann kommen mit... Wir greifen uns einfach mal in die Umwelt ein. Wir haben so Gottkomplexe... Na, komm mal, André, wir gehen mal woanders Terraforming machen. Ich hab irgendwie keine... Wir können schon mal an der Brücke anfangen, weil wir haben... Ich hab jetzt, äh, dreieinhalb Stacks Erde. Ja, ich hab jetzt zwei, aber lass uns noch... Ich hab jetzt die Schaufel extra dafür gemacht. Wir gehen jetzt auf die andere Insel Terraforming machen. Das ist Gold, oder? Aber was ist das? Ich sehe das nicht mehr in den Texten. Nee, die Kohle. Okay. Schwarz und Geld muss ich auseinanderhalten. Hier können wir... Hier können wir so viel rumgraben, wie wir wollen. Das ist jetzt so eine Nebeninsel eben. Ah, endlich mal entspanntes in der Playlist. Ich hab hier gerade meine Battle-Musik am Laufen. Aber jetzt können wir jetzt getränken und jetzt könnte man sich richtig entspannen. Was ist denn so? Du musst hier nur aufpassen, weil hier dien ich nicht für Sicherheit. Toll, das hat kein Name in meiner Playlist. Okay, dann... Es heißt No Name. Google, aber No Name. Ja, einfach No Name. Hat auch eine Website. Wahrscheinlich gibt's die Website. Also, bei No Name.org. Ja. Ja. Oder man gibt bei YouTube Chill Out Musik ein. Vielleicht ist es da ja. Solange kein Text vorkommt, gibt's auch keine... Hört sich ein Schild an. Nein, Gamer doch nicht. Nicht der Gamer und so. Gamer, ey. Gamer. Gamer, Alter. Ich mach mal hier den Weg mal ein bisschen sicherer. Also zwei breit, um rüber zu kommen. Wir sollten... Ich glaub nicht, dass ich da runter möchte, oder? Nein. Zumindest zur Monster Party würde ich nicht unbedingt empfehlen, hinzugehen. Okay. Oh, schöner Creeper. Der ist aber so eklig dunkelgrün. So schleimgrün. Bleh. Da möchte man am liebsten das Fert in die... Äh... Piep. Ja, so zensieren. Boah, ich schmeiß den Creeper jetzt runter. Bullshit. Ja, soviel zum Thema runterschmeißen. Ja, der Creeper stand gerade eben so gut. Bestleistung. Wir müssen uns auch überlegen... Ja, ich muss gleich mal Schluss mit Insel vor uns stolten. Nein, auf der Insel nicht. Hier ist unser Haus. Wollen wir doch nicht vor uns stolten. Da gehen wir nochmal... Ja, nur... Das blöde ist, ich hab ja nur ein Bett. Das heißt, wir können auch nicht Tag machen. Äh, außer du gehst und du connectest. Das ist egal. Ich spiele nicht auf Acqua, dann. Das wäre jetzt ein größeres Problem. Nee, Hardcore machen wir nicht. Pass auf, ich bin in Italien. Ja, ich baue hier extra den Weg etwas breiter. Können wir hier noch ein bisschen... Wir müssen hier aufpassen, weil hier ist nicht ausgeleuchtet. Wir haben jetzt nur die Hauptinsel oben ausgeleuchtet zumindest. Ich schiebe jetzt meine Katze raus. Geht gar nicht, ey. Dann geh lieber ins Haus oder disconnecte kurz. Ja, okay, ich geh ins Haus. Das ist eine gute Idee. Ja, dann kann ich pennen gehen. Äh, Haus, hab ich gesagt. Oh, ein Disconnect. Quatsch. Nein, komm. Disconnect, ey. Wir wollen jetzt nicht extra Tag machen. So Cheater-Tag. Bullshit. Ich komm mit, André. Ich hab's mir überlegt. Ich komm auch mit. Warte. Ich muss mir doch etwas noch mitnehmen. Das ist geil. Es regnet und Enderman porten sich ja jetzt überall hin. War das ins... Nee. Bin nur ich. Ich bin nur am Verungern. Jetzt passt die Entspannungsausenmusik zu der Ruhe. Oh, Enderman. Hoffentlich hat er sich jetzt nicht hier reingeportet. Nee, ich glaub... Oder ist das... Was machen die schon manchmal? Ist das Haus drei hoch? Ja, ja. Ja, stimmt. Ich mach das ja immer noch drei hoch rein. Das ist oben unten drei hoch. Ja, unten war mir klar, dass das noch drei hoch war. Ah, hier ist keiner. Der wird sich ja... Oh, der verhungert. Der verhungert jemand. Oh, ist das putzig. Okay, äh... Darf ich mir was zu essen nehmen? Ich kann dir ein bisschen Brot geben. Ja. Hast du noch Käse? Nee. Oder Margarina? Oder Butter? Nee. Na ja, gut, okay. Wir müssen... Ich mach mal... Ich... Ja, das wollte ich jetzt voll nicht machen. Aber du kannst dir deinen Sporn setzen. Ja, das wäre... Damit du nicht... Nein! Ich mach mal ne Doppelkiste für Dreck. André weiß ja, Dreck braucht mindestens vier Kisten. Ja, ja. Ach ja, ne Doppelkiste kriegt man davon am Leichtvoll. Ich setz die oben hin. Da können wir uns als scheiß Dreck da weg reinsetzen. Dann können wir auch, ähm... Irgendwann anfangen mit, ähm... Der Brücke. Mit der Brücke zur nächsten Insel. Ich geh davon aus, dass Dennis nichts dagegen hat und... ...dass wir Dreck aus seiner Kiste nehmen. Das kann man auch hinterher, äh... ...statt Dreck holz nehmen. Ja. Also die Aufgabe zu regnen, mindestens. Ja, das ist schlecht, find ich. Warum? Ja, ja, okay. Jetzt sind Enderman wieder auf freien Füßen, aber... ...wenn ich transporten, sie sich da... Pass auf, pass auf, das ist gelertet worden. Autsch. Hinter dir. Huah, Schaufel. Ich... Ich hätte dich auch nicht... Nein, nee, ich stirb nicht! Ja, zumindest... Das ist ein Knochen. Zumindest ein Knochen. Knochen brauchen... Sie sehen bei mir aus wie Gnome, oder so. Das ist schon richtig geil. Also ich find ich gut, dass das Honey Boy nochmal so überarbeitet hat. Vielleicht hätte ich mich einmal voll essen sollen. Ey, wenn, dann schon sagt mal voll fressen. Ich hab ne Spinne bei mir und nen Zombie. Spinnen töd ich ja nicht. Ich hab dazu voll fressen, weil ich schaff das nicht irgendwie vier Brotschei... ...vier Brot, äh, Brote hier mich reinzustopfen. Ich hab zwei Faden bekommen durch eine... Scheiß, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Irgendwann hat sich hier grad ein Ende gebracht. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Schmierti! Wow, aua. Bullshit, ich kann kein Terraformig in der dunklen Fläche machen, solange es, ähm, Nacht ist. Die Monster tummeln sich... Aber wir müssen hier noch ein bisschen ausleuchten. Ah ja, das ist aber... Ist aber schon ganz gut ausgeleuchtet. Ja, aber immer noch, mein Verhältnis ist ein bisschen schlecht. Boah, ist hier Terra Nova, ey. Ich hab jetzt zwei Seide gesammelt. Sammelt und fress jetzt auch mein Brot. Sext... Sext Brot. Ja, gut, okay. Gut, das muss ja nicht ganz voll sein. Das ist L177LCB9EKS. Schöner Name für ein Lied. Finde ich auch. Ich könnte euch zumindest sagen, aus welchem Spiel, beziehungsweise, ähm, Sache es kommt. Einfach... Kann ich nicht, aber... Weil ich hab... Vielleicht kommt ja bald nochmal ein Lied, was ich kenne. Zwischen Max Payne 3. Ja. Oder Max Payne, ich weiß nicht, aus welchem Teil das ist. Aber... Aber Christian Ketter, glaube ich. Ja, ja. Ist unsere Todesmusik. Ja, das ist die Todesmusik. Vor allem, wenn man Diamanten in der Tasche hat. Ja. Das ist ja auch bei Grunk immer so der Fall gewesen, aber... Bei uns ist das der Fall. Ich hab meistens die Diamanten in der Tasche und sterbe aus irgendeinem doofen Grund dann. In Klammern Creeper. Creeper, Lava. Lava war auch gut. Creeper oder Skelette. Wenn da schon mal ein Scharfschütze oben am Campen ist, dann ist das schon mal richtig mies. Ein... Ein Königreich wäre ein Bogen. Ja, ein Bogen könnte ich natürlich grafen, aber mir ist es viel... Das Blöde ist, wir haben auch noch nicht den Timbermott drauf, den wollte ich hier... Ah, hätt ich beinahe angeguckt. Ich möchte erstmal hier Dingsda da, ähm, ein bisschen... Das wäre mal eine Erleichterung. Hau mal hier den Endermen zum Klopp hier. Der nimmt uns unsere Erde weg. Auf die Füße haken, denk dran. Ja. Ich könnte dir auch ein Schwert geben, falls du es möchtest. Das ist ja noch besser. Ich darf bloß nicht sprinten. Das vergesse ich immer gern. Ich hab so ein schlechter Angewohnheit, ich sprinte fast dauerhaft. Nahrungsmangel oder was? Ich wollte dir, äh, Cobblestone und Dingsda da. Moment. Äh, ja, ein bisschen Getreide schon gewachsen. Ja, hast du Holz? Äh, nicht Holz, ich meine, ähm, du weißt schon, was ich meine. Ähm, Knochenmehl. Knochenmehl? Nee. Hier, André. Nicht, dass ich wüsste. Bleh! Bleh! Äh, das Schwertschlucken ist schon... Ich könnte, kann aber zumindest was nachwachsen lassen jetzt mit Knochenmehl. Dann haben wir wieder ein Brot mehr. Oh, ich schaff, packe Brot. Eat this. Hallo, du sitzt das Eaton. Oh, ich... Eat this! Ich hab... Ich hatte fünf Brot. Ist mir egal. Haben wir noch Brot in der Kiste da? Äh, Ulla Weizen, ja. Wie viel Brot hast du? Eins. André, warte, ich gebe dir zwei ab. Ah, also frisch von der Kopf. Hier. Ich habe dir noch eins. Das Schwert hast du auch bekommen, oder? Ja, habe ich bekommen. Ich würde dir ja zwar ein Eisenschwert anbieten, aber Eisen ist noch zur Zeit eine Mangelware. Ja, das stimmt. Ich glaube, es wird Tag, wir gehen wieder auf die nächste andere Insel. Da müssten sich da jetzt die Monster verziehen. Auf die andere Insel? Ja, du weißt schon, da wo wir... Skeletti! Du willst gerade... Oh, ich habe vergessen, auf Skybox-Beschäftig zu stellen. Haha, fall nicht runter, pass auf. Warum brennt das Skelett nicht? Weiß ich nicht. Zum Glück, dass PvP nicht an ist. Ja, das... Boah, ey. Guck dir mal mal. Wir müssen auf jeden Fall Gammelfleisch einsammeln, das ist praktisch. Älter Verwalter. Ey, sag mal. Ich skype nicht auf Beschäftigt, das tut mir leid. Da hinten ist Kürbis. Kürbis und Bogenschützen. Den kenne ich doch gerne. Yeah, Enderman. Bitte? Ha, Bogenschützen-Gefährt. Komm mal her. Komm mal zu mir. Knochen und Pfeile kriegen. Da hat nur eine Erfahrungskonferung wegfallen. Wo bist du? Wird gerade die Massenkampf hier angeschrieben? Massenkampf hier angeschrieben.